Hey, wie geht's Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Channel. Heute wird es, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, ein bisschen anders gehen. Heute ist der 1. April und deshalb mache ich etwas Spezielles. Nicht nur in meinem Stil des Videos, sondern auch mit der Sprache. Wenn ihr aber es auf Englisch sehen wollt, müsst ihr nur ein paar Stunden warten. Wenn ihr das Video mögt, bitte lasst ein Like. Ihr könnt euch auch abonnieren, wenn ihr wollt, aber müsst ihr nicht. Okay, jetzt können wir schon einmal anfangen. Als erstes ein paar Hintergrundinformationen. Toya Todoroki war der erste flammgeborene Sohn von Rei und Enji Todoroki. Sie versuchten ein Kind zu bekommen, das genug Feuerkraft besaß, um dem Allmächtigen Allmai zu übertreffen. Ihre Erwartungen mit Toya waren hoch, denn sie verlangten schon von ihnen diesen Überflieger zu sein. Nach einiger Zeit jedoch bemerkte Endeavor, dass die Macke und das Körper seines Sohnes nicht zusammenpassten, um seine Konkurrenz zu besiegen. Daraufhin versuchte er Toya davon abzuhalten, ein Held zu werden. Dieser ließ sich allerdings nicht so leicht von seinem Weg abbringen. Um ihn endgültig zu entmutigen, bekamen die Eltern noch mehr Kinder unter ihnen, dann auch Shoto. Als er aufwuchs, übte Toyam geheim. Eines Tages wollte er seinem Vater zeigen, was er gelernt hatte. Der war wenig beeindruckt, was dazu führte, dass sein Sohn seinen Tod vortäuschte. Was wäre aber, wenn Endeavor bemerkt hätte, wie schlecht er seinen Sohn ging und ihn zur Therapeuten geschickt hätte? Wie hätte sich die Geschichte dann ausgespielt? Das und auch ein bisschen mehr ist, worum es in der heutigen Folge gehen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, die mir plausibel vorkommen. Die erste wäre, dass Toya tatsächlich eines Tages ein Held werden würde. Und die zweite, in welcher er ein stinknormales Leben wie seine zwei Geschwister führt. In dieser Version wird er ein Makler oder etwas ähnliches. Wir fangen heute mit der zweiten Möglichkeit zuerst an. Das Beste kommt bekanntlich ja immer zum Schluss. Nachdem Toya seine Familie angegriffen und versucht hatte, Shoto umzubringen, bemerkte er seinen Eltern, dass etwas mit ihnen nicht stimmte und schickten ihn zu einem bekannten Psychologen. Ihm wird eine Therapie verschrieben und nun geht er einmal die Woche dorthin. So etwas tendiert dazu nicht nur die betroffenen Individuen zu betreffen, sondern die ganze Familie. Sie würden alle, alleine oder in Gruppen, zu den Therapiestunden gehen. Sie würden alle zusammenarbeiten, um ihre Probleme und Konflikte zu lösen. Dies würde dazu führen, dass Shoto in einem viel besseren Umfeld aufwachsen würde, was auch bedeuten würde, dass er nie seine ikonische Narbe gebranntmarkt bekommt würde. Eine andere Auswirkung wäre, dass Endeavor selbst auch zu einem besseren Held werden würde. Er würde sich den anderen mehr öffnen und auch ihre Emotionen in Betrachtung ziehen. Falls er immer noch Shoto trainieren würde, wäre dieser besser dazu in der Lage, mit seinen Gefühlen umzugehen und könnte seine Feuerseite besser kontrollieren. Selbstverständlich würde Shoto es immer noch auf die UA schaffen. Genauso wie Inasa. Denn der, wo viel besser mit seinen Emotionen umgehen kann, würde Inasa kein so großes Problem mit ihnen haben und noch weniger mit Shoto. Der Verlauf der Geschichte an der Schule würde sich nicht großartig verändern, selbst wenn Inasa in der Klasse 1a kommen würde. Am ersten Tag würde wahrscheinlich immer noch der Markentest stattfinden, bei welchem Inasa vermutlich Zweiter werden würde. Der zweite Tag wäre die Kampfprüfung, was auch nicht viel verändern würde. Allerdings würde sich die Rolle des Klassensprechers verändern, mit seinem schönen Gesicht, tollem Charakter und bekannten Vater hätte Shoto kein Problem, sich den Platz zu sichern. Die Ereignisse in der USJ würden ähnlich wie im Kanon verlaufen. Die Schüler würden lang genug aushalten, bis Almeid auftaucht und hat der Liga ihren Hintern versohlt. Es wäre aber nicht undenkbar, dass die Bösewichte sich früher zurückziehen könnten, da die Schüler mit Inasa und dem selbstsicheren Shoto besser klarkämen. In diesem Fall würde Shigaraki weniger verletzt sein als in Kanon. Das Sportfest wäre auch relativ unbetroffen von den Änderungen. Aber ich schätze mal, entweder Bakugo, Inasa oder Shoto gewinnen würden. Midoriya könnte Chancen haben, aber ich denke nicht, dass er das Zeug zum Sieger hat. Nachdem der Schmetterlingseffekt sich sehr komplex verhalten kann, weiß ich nicht, ob Stain immer noch operieren würde. Falls doch, und in dem Fall, dass er Idas Bruder lähmen würde, wäre es naheliegend, wenn Shoto Ida etwas penetranter anspreche. Shoto würde den anderen von dem Vorfall mit seinem Bruder erzählen, wie er versucht hatte, ihn umzubringen und wie seine Familie damit umgegangen ist, was vermutlich darin resultierten würde, dass Ida es sich anders überlegen und nicht versuchte, sich zu rächen. Folglich nahm Ida den Namen Ingenium an und entschied sich für ein Praktikum bei einem Held, da ihm möglicherweise tatsächlich etwas beibringen könnte. Ich würde vermuten, dass er ein Praktikum für einen hochrangigen Held ist oder bei dem, was von der Ingenium Agency übrig bleiben würde. Wenn der Hosu-Vorfall immer noch passieren würde, würde es sich viel mehr auf die Nomos konzentrieren und vielleicht wäre Shoto der einzige der Studenten, die hier anwesend sind. Stain würde Native nun im Schatten töten, ohne dass jemand das klüger wäre. Die Dialogie Stains würde sich nicht so schnell verbreiten, da sein Gefangenname als Katalyst fungierte. Aber dank Giran würde die Liga immer noch einige Kräfte anhäufen. Angenommen, Shigaragi stieß im Einkaufszentrum immer noch auf Izuku und sie unterhielten sich. Dann würde das Lager des Sommerkamp verlegt und angegriffen. Dies wäre das Schlagfeld, auf dem Ida seine Rechtfertigung erhielt und Stain mithilfe seiner Klassenkameraden und Verbündeten besiegte. Izuku würde in dieser Version immer noch alleine muskulös kämpfen, während alle anderen gegen anderen Bösewichten kämpfen. Die Bösewichten ziehen sich einfach zurück, nachdem sie die Heldengesellschaft eines Schlag verletzt haben. Dennoch wäre die Liga in dieser Version viel mehr gespaltet, da Stain dort eine Spaltung verursachen würde. Es würden diejenigen geben, die Stain folgen und die kleinere Zahl, die Shigaragi folgt. Diejenigen, die Stain folgen, würden daran bestehen, ihn zu retten. Nach der Invasion des Traininglagers würde die Helden, unabhängig davon, ob es sich um eine Rettungsmission handelt, die Operationsbasis der Bösewichten überfallen. Selbst wenn es der Liga irgendwie gelungen wäre, den Clown der Gerechtigkeit zu entkommen, dank All Might, das gegen Alpha One kämpft und seinen Rücktriff entzwingt, würde es innerhalb der Liga immer noch eine ideologische Klunft geben. Zu ihnen gesellten sich einige neuere, schwächige Mitglieder, vor allem, weil Dabi dafür gesorgt hatte, dass alle getötet wurden, die er für unwürdig hielt. Hochstwahrscheinlich würde die Liga in zwei Teilen zerfallen, jene, die Shigaragi treu sind und jene, die Stain treu sind, die Spinner als ihren Anführer folgen würden. Was von Shigarakis Liga übrig blieben würde, würde langsam zusammenbrechen, bis das, was übrig blieb, von den Yakuza absolviert würde. Es könnte immer noch einige Leute geben, die ihm treu sind und er würde sich definitiv immer noch mit Gigantomachia treffen und den Nomo zusammenstellen, aber die Liga selbst würde es viel schwächer enden. Es würde auch eine andere Gruppe geben, die als Reiniger bezeichnet wird. Während die Schurkenseite schwächer wurde, würden die Helden stabiler sein, da Endeavor, dass eine stabilere und fürsäultige Person ist, im gesamten System widerhalten würde. Er könnte in dieser Version ein Held sein, der allmeit ähnlich ist, bis die nächste Generation bereit war. Das ist natürlich nur ein einziges Szenario. Lassen Sie uns die Heldenoption untersuchen. Für diese Optionen gelten noch viele der vorherigen Punkte. Insbesondere in Bezug auf die Familie. Toya würde zur Therapie geschickt, was sich in der ganzen Familie ausbreiten würde. Er würde sich jedoch nicht entmutigen lassen, ein Held zu werden. Die Flamme, die in ihm entzünden würde, kann jetzt nicht gelöscht werden. Stattdessen würde Endeavor nach einigen Gesprächen mit Toya und dem Therapeuten überzeugt sein, seinem Sohn zu helfen. Toya würde immer noch ein Held werden wollen, aber sein Ziel wäre es nicht, allmeit oder sogar seinen Vater zu übertreffen. Das Problem wäre in diesem Fall nicht die Feuerkraft, sondern die Regulierung seiner Stärke, mit der er zu kämpfen hätte. Endeavor würde versuchen, ihn so gut wie möglich zu unterrichten. Er würde wahrscheinlich in die UA High aufgenommen werden, um seine Reise zum Held beginnen, während er Shoto dabei hilft, dasselbe zu trainieren. Sobald Toya seinen Abschluss an der UA gemacht hat, würde ich mir vorstellen, dass er alleine bloßziehen würde, um sich von seinem Vater abzuheben und seinen eigenen Weg zu gehen. Toya würde durch die Welt gehen und Bösewichte bekämpfen und festnehmen, all das mit einem neuen Kostüm, das seine Kräfte besser regulieren kann. Er würde wahrscheinlich mit einem Heldenkiller kämpfen, der gerade anfängt, voraufgesetzt, der würde noch immer in dieser Version operieren. Er würde sich wahrscheinlich selbst anstrengen müssen, aber ich kann mir vorstellen, dass der Sohn des Helden Nummer 2 den Bösewicht besiegen könnte. Sein Einfluss würde sich wahrscheinlich immer noch leicht ausbreiten, aber es wäre kleiner, viel kleiner, da er nicht so betrüglich wäre wie in Kanon. Diejenigen, die von ihnen inspiriert würden, haben keinen wirklichen Ort zu gehen und ohne König würden sie einfach ein Bauer bleiben. Die Ereignisse bei UA würden wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen wie im Kanon. Die Dinge würden wahrscheinlich so laufen, wie in der anderen Version, die ich gesagt habe. Wobei Inasa, Shoto und Bakugo Midoriya sich als die vier besten Schüler ihre Schuljahres festigen. Der Angriff auf die USJ würde wahrscheinlich immer noch stattfinden, wenn diejenigen, die von Stain inspiriert wurden, der Liga beitreten. Werden sich höchstwahrscheinlich alle nach dem Angriff auf die USJ gefangen genommen. In dieser Version der Ereignisse würde Tensei, seit Stain festgenommen wurde, immer noch als Held agieren und Tenya würde sein Praktikum übernehmen. Es würde kein Hosu-Vorfall geben, da Stain früher gefangen genommen wurde und er der Katalysator für den Angriff war. Als Hauptkraft des Böses würde Shigaraki sein Geschäft wie gewohnt fortsetzen, ohne viel zu wechseln. Er würde seine Aufmerksamkeit wahrscheinlich darauf richten, Allmai zu töten. Selbst nach dem USJ. Er würde UA wahrscheinlich noch einmal mit einer noch größeren Kraft als zuvor angreifen, aber erneut scheitern. Diesmal wären die Schüler besser darauf vorbereitet, ganz zu schweigern von Stärken als zuvor. Sie würden ihm wahrscheinlich in die Quere kommen. Wenn Shigaraki es irgendwie geschafft hätte, seinen zweiten Angriff auf UA und Allmai zu entkommen, hätte er weniger Kraft hinter sich und Alpha-One wäre wahrscheinlich jetzt zu Ruhungen einzugreifen. Dies würde wahrscheinlich die Helden und Bösewichte in eine direkte Konfrontation bringen, die in beiden Richtungen gehen könnte. Aber es ist höchstwahrscheinlich, dass sich die Helden mit intakter Ordnung durchsetzen würden. Natürlich könnte ich mich irren. Diese Ereignisse sind ziemlich weit hergeholt. Es könnte genauso gut sein, dass wenn Troja zur Therapie geht, er an der gleichen Stelle landet, an der er es im Kanon getan hat. Aber ich glaube wirklich, dass wenn Troja zur Therapie gegangen wäre, dies zu einem viel stabileren Todoroki-Haushalt führen würde. Enji Todorokis Einfluss auf die breitere Heldengesellschaft würde mit einer stabileren Gesellschaft und einer schwächeren antagonistischen Kraft enden. Ich konnte sogar sehen, dass Enji ein weiteres Symbol der Gesellschaft sein würde. Vielleicht das Symbol der Kraft. Ich hoffe, ihr habt das Video gemocht. Wenigstens die, die es verstehen können. Denn ich habe keinen Bock, Untertiteln zu schreiben. Ich möchte meinem Freund Enji Todorok danken, denn er hat das Video auf Deutsch übersetzt. Aber ich muss es auch schreiben. Ich hätte es selber gemacht, aber ich hatte wenig Zeit. Es ist mir sehr komisch vorgekommen, das Video auf Deutsch zu filmen. Aber ich hoffe, ihr habt es gemocht. Ihr könnt immer ein Like geben und euch abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss!